Hallo und herzlich willkommen zur Auswertung vom 50-Abo-Special. Und zwar habe ich jetzt die ganzen Kommentare ausgewertet, weil da war ja nicht so viel. Und ja... So, also... Es haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, also es haben 8 Leute in den Kommentar drunter geschrieben. Einen habe ich rausgenommen, weil von dem weiß ich, dass er nicht mitspielen will. Und hier habe ich gewonnen, also mitmachen beim Abo-Special, also mitspielen mit mir. Können wir Jackie LP, Skywix LP, Renew 0 LP, Hansig Lord, also die LP von Asien, P1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, Videos 1 und Schicke. Und ich spiele natürlich auch mal, da sind 8 Leute, wenn alle mitspielen wollen. Die haben alle einen Kommentar geschrieben. Und ja, denen habe ich alle eine PN, eine persönliche Nachricht geschrieben. Und sie müssen mich dann in Skype adden, dass wir zusammen checken, ähm, also skypen können. Ich werde eine riesige Konferenz erstellen, also, ach, ich würde jetzt nicht so viel. Aber dass wir dann zusammen zocken können, müssen wir uns dann einen Termin ausmachen. Ich würde, ich würde irgendeinen Freitagnachmittag oder einen Samstag nehmen. Sonntag finde ich nicht so gut, weil da habe ich gar nicht so viel Bock. Und ja, und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was wir so zocken können. Welche Adventure-Maps, oder Main-Sea. Was man meinen will, okay, es geht nicht so gut mit 8 Leuten, aber naja. Dann gibt es was ganz Neues. So, wo, das ist eine Adventure-Map, kann ich auch machen, kann ich einen Server machen. Über Hamari, wo wir dann zusammen spielen können. Oder einer von euch hat auch einen Server, das wäre auch ganz nett. Kann man dann auch auf dem spielen. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Mehr ist nicht zu sagen, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja... Hm. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja. Also die kriegen von mir eine PN. Dann müssen wir auch Bescheid sagen, ob sie mitspielen wollen oder nicht. Und dann zock ich zusammen. Ach so, ja. Ich werde auch aufnehmen. Also ihr könnt natürlich auch alle aufnehmen, wenn ihr das wollt. Und dann hochladen. Müsst nur meinen Kanal verlinken und so weiter. Und dass mein Abo-Special ist. Und ja, ich werde auch höchstwahrscheinlich noch einen Live-Stream machen über Twitch. Ist unten in der Beschreibung, mein Twitch-Account. Werde ich dann auch nochmal davor Bescheid sagen. Ich werde dann noch kurz streamen, den Live-Stream. Also, ich werde dann das 50-Abo-Special-Live-Stream. Könnt ihr damit zusammen zuschauen, wie wir das alles machen und so weiter. Ja. Ich werde wahrscheinlich in 480p sein. Oder 360. Und ja. Zeige ich euch Bescheid, wenn das ist. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr zuguckt. Weil, ja. Das wäre echt nett. Also ich zwinge euch nicht, aber es wird bestimmt lustig. Und dann war es jetzt eigentlich alles. Ich habe alles gesagt. Ja. Twitch ist unten. Mein Kanal ist unten. Und alle die, die ich jetzt eben vorgelesen habe, aber ich lese ihn mal vor. Also, Jackie-LP, Skywix-LP, Janine-No-No-LP, Hansi-Clott, das EP von Asien, P01234-Videos, 1 und Shiki. Den habe ich alle in den EPN geschrieben und die müssen einfach mal in ihr Postfach schauen. Und die haben gewonnen. Also, schaut einfach mal rein, die die gewonnen haben und schreibt mir Vorschläge, was wir zocken könnten. Ich suche dann mit euch was aus. Mit euch. Ihr könnt mitbestimmen, nicht nur ich. Und dann war es eigentlich. Schaut mal einen Livestream, der dann ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.